In Millionen herrscht die Familie der Kuslins über die Ländereien von High Ever und wird von ihren Untertanen geschätzt und geachtet. Als die Armee von Orlais das Land unterwarf, dienten dein Vater und dein Großvater den kampfbereiten Königen ihrer Heimat. Heute zieht dein älterer Bruder unter dem Banner des Hauses Kuslins mit dem König in die Schlacht. Aber nicht wegen Orlais, sondern gegen die dunkle Brut, die sich im Süden erhebt. Dann würden eure Truppen also in Kürze eintreffen. Ich erwarte die Vorgut noch heute Nacht. Morgen können wir aufbrechen. Bitte entschuldigt die Verzögerung, Herr. Sie ist allein meine Schuld. Nein, nein. Das Erscheinen der dunklen Brut im Süden hat uns alle überrascht, nicht wahr? Ich wurde vom König selbst erst vor einigen Tagen zu den Waffen gerufen. Ich schicke meinen Ältesten mit meinen Männern voraus. Wir beide brechen morgen auf, wie in alten Zeiten. Ja, allerdings war unser Haar damals noch nicht grau und wir kämpften gegen Orlesianer, nicht gegen Monster. Immerhin stinken sie ähnlich. Tut mir leid, ich hab dich gar nicht gesehen. Hau, ihr erinnert euch an meinen Sohn? Er ist zu einem stattlichen Jüngling herangewachsen. Freut mich, dich wiederzusehen, Junge. Ich schicke dein Körnübner. Geh dir das Wasser mit schwanger Läggchen. Auf, wie du dich auswählen. Die Marah. Am Wow, wie du auswählen. Am Okay. Am Okay. Am Okay. Am Okay. Vielen Dank.